Ich wünsche Ihnen viel Erfolg hier bei Werder? Ja, natürlich. Wenn Sie in Japan geblieben wären, werden Sie dort sicherlich Fußballer des Jahres, kann man das sagen? Tja, ich glaube nein. Hier gekommen, dann werde ich. Und da sollen Sie mit nach vorne gehen, offensiv werden? Natürlich, ja. Oft, ich gehe vorne. Sie können ja auch Tore machen. Ja, natürlich, ja, natürlich. So, ja, natürlich auch.